Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, mit dem Gesetz heute leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Akzeptanz der Europäischen Union. Und wenn man sieht, wie das Parlament auch in sehr schneller und pragmatischer Art und Weise sich mit diesem Gesetzesvorschlag auseinandergesetzt hat, vor genau drei Wochen haben wir das erste Mal hier debattiert. Am Montag fand die Anhörung statt. Auch die hat ein sehr differenziertes Bild abgegeben. Es gab Sachverständige, Frau Zimmermann, die durchaus einen Hintergrund hatten, wer eher bei Ihnen war, die das als nicht verfassungsgemäß und nicht europarechtskonform bezeichnet haben. Und dann gab es aber auch Sachverständige, und das gehört zur kompletten Wahrheit dazu, wie Herrn Dr. Groth und Herrn Dohrlinger, zwei ehrenwerte Persönlichkeiten, die gesagt haben, das Gesetz ist verfassungsgemäß und es ist europarechtskonform. Und deswegen bringen wir das auf den Weg. Und es ist auch gut so, dass wir das so tun. Und wir verfolgen ja damit drei Ziele. Das erste ist, wir wollen unser Sozialsystem vor Missbrauch schützen. Dort geht es darum, dass wir die Kommunen entlasten, die da keine Rechtssicherheit haben, auf die hohe Kosten gerade in Ballungsgebieten zukommen. Auch der Bund, mein Kollege Jens Spahn, freut sich darüber, dass er in Zukunft Ausgaben klarer planen kann. Zweitens, wir regeln damit, dass der Grundsatz fordern und fördern gilt. Nach fünf Jahren, wenn nach fünf Jahren dann der Aufenthalt hier war, dann gibt es einen Anspruch. Und in diesem Anspruch gilt dann eben auch der Grundsatz fordern und fördern. Und mit diesen wichtigen und ich sage mal auch klaren Regelungen, wie Prenzisch Reim in Ihrem Entschließungsantrag ja auch, durch die Gerichtsurteile sind wir jetzt verpflichtet, Transparenz zu schaffen, Rechtssicherheit. Wir schaffen die anders, als Sie sich das vorstellen, aber aus unserer Sicht absolut nachvollziehbar. Aber was wir noch nicht regeln in diesem Gesetzestext ist, dass wir über die aufstockenden Leistungen noch keine, ich sag mal, in sich abschließend glückliche Regelung haben, auch weil wir die wahrscheinlich eben nicht europarechtskonform hinbekommen haben. Deswegen hat mein Kollege Matthias Zimmer, der Sprecher der Angelegenheiten für die europäischen Themen, Michael Stübgen, auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch darüber diskutieren müssen, wie es uns gelingt, über die aufstockenden Leistungen, die Möglichkeit, über sehr geringfügige Beschäftigung oder Selbstständigkeit weiter in den Genuss von Sozialleistungen zu kommen. Da müssen wir gucken, ob wir das im nationalen Recht vernünftig lösen können. Das ist eine Herausforderung, die wir auch aus dieser Gesetzgebung mitnehmen müssen. Aber im Großen und Ganzen zeigt sich, dass wir eben sehr pragmatisch, sehr schnell und zielstrebig auch die Punkte aus der Anhörung aufnehmend hier diesen Gesetzestext umsetzen und dann auch heute abschließen können. Und die Sachverständigen beispielsweise der BDA, auch der Agentur für Arbeit, haben deutlich gemacht, dass die Freizügigkeit, auch der positive Weg nach Deutschland damit nicht eingeschränkt wird. Und deswegen machen wir heute einen sehr ausgewogenen Vorschlag. Vielleicht entscheidet sich die Opposition ja doch mitzustimmen. Es wäre, glaube ich, ein guter Beitrag dafür, dass wir die Europäische Union ein Stück sozialer und gerechter machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Petzold. Nächster Redner, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn für Bündnis 90 Die Grünen.